Hallo meine Freunde, kurz beim Video meine Freunde, nach Schicken David und Bones MC, will Flizzy verdammt nochmal eigenen Alkohol rausbringen, Flizzy man, was soll's denn werden, Wodka, willst du Karnevalwodka nachmachen oder willst du einen auf Samba machen mit Gin oder willst du Whisky rausbringen, willst du Flizzy Jackie oder rausbringen, willst du keine Ahnung Flizzy Whisky rausbringen oder wie nennt man das, Maskulin Whisky oder so Willst du Maskulin Whisky rausbringen Flizzy oder was hast du vor, erzähl mal, was soll denn das werden oder ein Bierchen oder was Flizzy, Whisky würde passen vielleicht, ich trinke jetzt einen Maskulin Whisky, versteht ja meine Freunde, naja mit dem Pulver hat es ja auch nicht so gut geklappt, aber mit Whisky musst du dir das dann überlegen, Whisky, Wodka oder Gin, dass du morgen nicht wieder Paddel machst, mit Mode läuft gut würde ich sagen, mit Musik, CTN könnte was Gutes werden, aber mit Alkohol, ich weiß nicht genau Flizzy, überlegst du dir vielleicht noch, wenn du Hilfe beim Marketing brauchst, frag den Boss, ok meine Freunde, das war's Video von Luna zum Boss, abonniere und like nicht vergessen meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde